als habe ich euch hatte ich bin sie nie wieder auf will ist im technical mode das geht ja gar nicht der ist ja quasi genauso möglich wie 2 so oft wie das kreuzfeuer gerät mit diesen ganzen cyberdemon wie soll das funktionieren ich habe gerade eine taste gedrückt und weiß nicht ob das eine gute taste war oder eine schlechte taste das wird mein traum aber die map jetzt mal gucken da gibt es glaube kein cyberdemon allerdings gibt dafür wieder kreuzfeuer und mass und die am anfang gleich ein secret das erste kreuzfeuer ist gleich hier vorne dass man durch diese gitterdinger hier auch einmal nicht durchziehen kann aber die durchschießen können es ist doch bullshit weißt du ok dann halt nicht so viel muss die hinten raus da musst du raus ich dachte schon ich sehe dass jemand gespawnt so oh ja auch lau aber auch noch na klar kommt jetzt ein kacotimon oder nicht ich höre doch einen na gut, lieber nicht machen ist noch richtig die Map kaputt ja, und hier müssen wir es hier erheben, so durchs Lava, na super da kommt noch die Kackidee nein, ach Mann, Alter, nicht überall Lava, Mann so, hier war ja das Tier irgendwo, ne ne, wie denn jetzt noch konnte man hier nicht wieviel runterfahren ha, ein Wienerchen so, hier muss man aufpassen, hier gab es haufenweise Fallen drin ich weiß nicht mehr, wo was ist äh aha ja klar, natürlich direkt wieder in die Lava gelaufen hinter uns ist auch noch was ja klar steht doch gleich die Kavalerie, du Hurenso äh, Alter, nein das gibt's doch ja nicht oh Mann wieso kommen die jetzt direkt von Anfang an ja ja ok, das Ding hier macht gar nichts ach, guck mal da hinten, ah 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 ok, das war nicht das, was ich koste irgendwie kann man das Ding auch da fahren ah, wow das geht ja doch ha easy so, gut, ich will aber trotzdem mal hier die Impfung auslösen oh ah lepp mich doch im Arsch alter nein ja ach Mann, Alter, gerade wo ich speichern möchte du musst echt den Finger immer auf dem Abzug halten die ganze Zeit, du kannst nichts anderes machen hier das ist doch Bullshit wo denn jetzt ja ist ja gut, hast ja gewonnen Mann Alter, das hier mal überleben müssen weißt du, hast du so schon so 3000 Feinde und du überleben die Hälften wichst auch noch hier das ist doch nicht mehr normal das ist doch Bullshit ja ein Renner direkt in die Lava ist gut hast du noch nicht genug Schaden bekommen aber sie hat schon wieder auch da ja, ist ja gut ja, ist ja gut jetzt meine Fresse oh, Herr im Himmel das ist doch nicht hm, boah warum kommt der Shotgunner jetzt sofort nein, akzeptiere ich nicht tschüss ich bin mal kurz weg da kommt natürlich auch noch einer kommt immer zum falschen Moment ah, Alter, mal was ist der hier draußen ist na komm kommst du kommt noch jemand hallo hm nein schön häng ich da jetzt schon wieder meine Fresse was ist so schwer daran, wenn du einfach hier bist einfach wo wo bleibt der bitte hängen bin ich grad hier bin ich grad nicht hängen geblieben hm, ich verstehe das auch nicht ich hab doch auch keine Ahnung jetzt hänge ich schon wieder irgendwo oh, willst du mich verarschen Herr im Himmel erhöre meine Seele oder 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 ich bleib hier nirgendwo hängen außer wenn ich durch möchte dann bleib ich hängen das ist doch nicht normal das ist doch nicht normal das ist doch nicht normal Fertigung fast hoch wenn ich da raufgehe oder was nö hier wird der gute Mann hier ist der gute Mann das hier feiert das hier klappt es natürlich auch nicht Was ist denn so wieder? Ach nee Was ist das Kanzler? Whatever Aus hier, keine Hoffnung Ach man, nö, okay, überspringen Malta Oh Gott Stuck doch mal Ist immer noch einer? Habe ich nicht für eine extra umgebracht? Ich habe immer noch welche Gott So, was war hier? Ähm Na, bloß Rüstung Ah nix, weiter Ja Immerhin Backpack Also quasi von allen Bissen Ähm Oh nein Warte Oh, ey 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 Oh Why wie glaubst du nicht für eine Hengung? Wieso ist da So klingt Ist ja gut jetzt. Einige Gründe noch gar nicht rein. Ist ja schön. Ja, auf jetzt. Auf Feierabend. Auf, in infinito. Probier ich jetzt schon wieder. Okay, Feierabend. Oh, Mann. Ah, ist ja. Ich hab dir doch gerade erschossen. Jetzt kommt da wieder keiner mehr. Alter. Was geht jetzt runter? Och, nö. Ja, lass mich doch wieder die Waffe wechseln. Das ist doch nicht wahr. Ja. Ah. So, die roten Zul haben wir immer noch nicht, das heißt, wir können hier nach links immer noch nicht gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 WTF Ich komme nicht lang Bin ich wieder hier? Achso Darf ich jetzt? Danke So, ich meine, die hier sind kein Problem Und meinst du, kann ich hier durchschießen? Nee, kann er nicht Und meinst du, kann ich hier durchschießen? Nee, gar nicht Oh Oh Geht doch Das ist laut So Jetzt hat man das auch geklärt Dann muss ich hier wieder raus Achso, jetzt habe ich hier die rote Karte Das heißt, jetzt kann ich Oh Jetzt kann ich in die andere Richtung da gehen Weil wir halt einfach in jeder Map Cyberdemon sind, das ist doch Innerhalb drum Ach, unser Leben wird auch langsam den Bach runter Ähm, Medikit Okay War hier noch eins? Ist ja auch egal Mir finden garantiert noch eins Äh Genau, hier habe ich jetzt alle erledigt Und ich sehe jetzt sogar noch eins Die Frage ist, komme ich da hinten hin? Mussten wir da hinten hin? Weil da war auf jeden Fall ein Secret Ach, Alter Bleib halt hängen Da war auf jeden Fall ein Secret Aber ging es da auch weiter von der Mission her? Weil da kommen wir nun wieder zurück Das kann es also nicht sein Genau, da war ein Secret dahinter Und hier Und hier Achso, hier geht es wieder zum Anfang Nee Gut, hier gibt es also doch nichts Wichtiges Achso, Quatsch, wir haben jetzt hier den roten Skull Wir können also jetzt da oben hin Äh, nee, wo denn? Da oben hin Hatte ich fast schon wieder vergessen Ach, jetzt geh doch mal nach hoch Äh, so, da, genau So, da, genau Das ist es Ist ja Oh Das sieht hier auch wieder aus wie eine Falle. Und jetzt ist es natürlich auch eine. Ach so, genau. Jetzt hat sich hier vorne was gehört. Doch, genau. Ach, dem Bereich kenne ich jetzt sogar noch in der Daufe nicht. Oh, haben wir gerade zwei Aufschlossen mit einmal. Sehr lötig. So. Da hinten ist ein, ähm... Oh. Fuck. Ja, schieß dich aus. Danke. Was? Was denn da hat sie gegangen? War das Secret? Nein, eigentlich nicht. Okay. Aber da oben war ein Secret, oder? An irgend so was... Wow. Ne, so siehst du gar nichts. An irgend so was kann ich mich erinnern, dass da oben ein Secret war. The question is, how do we get there? Egal. Ach so, gehen wir. Geht doch. Äh, hier ist nichts. Außer Moniz... Doch, dann geht's auch lang. Okay. Okay. Ah! Hier ist... Okay. Ich verstehe gerade den Sinn nicht so ganz. Überziehe ich hier gerade irgendwas, oder...? Genau, hier gehst du normalerweise rein. Ach so, ist einfach... Nee. Ist einfach nur das Versteck von den Lost Souls. Hier gehst du nirgends vorhin. Okay, die Munition ist auch schon wieder fast aufgebaut, nämlich mal die hier, beziehungsweise wie sieht es aus mit den anderen? Ich wechsle mal zu der hier. Da haben wir fast noch am meisten Munition. Oh, ist hell genug. Und ich kann die Dinger trotzdem nicht ausweichen, war klar. Noch einer, der irgendwie sein Fett weg haben möchte? Nein? Gut. Boah, diese Lava. Halt es, die Waffe heftig. Sollte ich mir öfters einsetzen. Und jetzt so? Hä? Achso, da. Oh Gott, oh nein, ist schon wieder die Lava. Mann. Was habt ihr nun mal mit eurer Kack? Lava. Ne, da habe ich schon geschossen. Äh, wo war das? Hier ist eine Lücke. Interessant. Möchtet ihr mal, ich kann die da durch... Schau mal, ich kann die da durch... Ah, na komm. Nice. Not bad, not bad. So, ach, hier bin ich erst. So, was ist hier jetzt gerade runtergegangen? Oder hochgegangen? Hier geht noch gerade irgendwas auf oder zu oder beides? Da sieht's halt gar nichts, ey. Hm. Wer weiß doch schon. Vielleicht ist auch wieder nur irgendwo eine Falle aufgegangen. Ach, Minimation. Ach, wo wo denn? Ja, klar. Ja, klar. Ja, wie viele denn bitte noch? Ah, ja, klar. Er setzt er um einfach nicht auf. Oh, Mann, Alter. Okay. So, hier war, dass die mit dem immer wieder hin und her teleportieren. Alter, die Waffe ist wirklich echt mächtig. Alter, vielleicht sollte ich die doch nicht verschwenden. Ah, hier sieht man schon den Teleporter. Ja. Ich liebe es darum, teleportiert zu werden. Weil das ist doch meistens immer in die Mitte von den Fischen Gegnern. Ah, oder hier. Nee, da will ich mich noch nicht hin. Da war das Ding. Wir sollten mal mehr Shotgun-Munition verwenden, kann das sein? Das ist ein Deal. Oh, denn jetzt bitte. Wow. Was machst du da? Hm. Ja, ich habe Höhenangst. Na gut. Dann auch für den nächsten Teleporter. Oh. Hier sind wir wieder. Okay, weil du bist ja gar nicht mal... Ach du Kacke. Weißt du, was ich gerade sagen? Weil du bist ja gar nicht mal so übel. Und schon denke ich, das Spiel wieder... Ach so, meinst du? Ja. Na ja, guck mal, was ich hier für dich habe. Eine Schale voll Reis. Aber wo, wo, wo denn jetzt bitte? Okay, also auf die andere Seite kommen wir nicht raus. Andererseits für... Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte auf F und nicht auf G drücken. Herr im Himmel. Nein. Ach so, bist du? So. Hand jetzt hier direkt mal speichern. So, ich muss jetzt noch versuchen, da hin zurückzukommen. Perfekt. Okay, der Leidig wird schon wieder selber. Oh nein. Ah, fuck you. Nein. Ich muss schon wieder hier. Das ist der Kakti-Loporter. Ne? Dieser Button da unten. Das ist auch schon wieder so im Bereich. Weißt du, du kannst auch nicht durchgucken. Aber die Gegner können es natürlich, weil die, ne? Die müssen nicht gucken. Ende vom Lied. Die können nicht erschießen, obwohl du sie nicht mal siehst. Genauso wie so eine Alpha Wand. Äh. Fake Wand. Alpha Wand ist das genau Gegenteil, wo du durchgucken kannst, aber nicht durchlaufen kannst. Alter, hab ich mich wieder hier. So, können wir da rauf? Weil es sieht so aus. Wie will man da rauf? Aber es wird keinen Sinn machen, denke ich mal. Äh, machen wir auch nicht. Bin ich hier sicher? Nein, ich bin hier nicht sicher. Jetzt bin ich hier sicher. Also, erstmal. Äh. Genau das meinte ich. Ja, ich sehe dich auch schon wieder. Nee, ich mache... Ich sehe dich auch schon wieder. Okay. Okay, das war das, genau. Hier geht auch irgendwie die Wände runter. Oh, so war das. Okay. Und jetzt? Wie war das hier? Nee, wir sind hier in der Porta. Kriegt aber nichts. Okay, jetzt haben wir schon mal die ausgelöst. Man kam doch hier irgendwie viel rauf. Aber wie? Oder mussten wir doch erstmal hier rein? Ja, klar. Alter, weiß ich. Wollte gerade sagen, ich habe eine Leichtigkeit. Und dann das Spiel schon wieder. Aha. Aha. Verstehe. Ach, das war doch hier dieses Labyrinth. Oh, Gott. Mindestens haben die hier auch Probleme. Alter, sagte er und starb. Alter. Alter. Ähm, okay. Da ist schon mal der Ausgang. Ach, so kamen wir doch rauf. Okay. Okay. Okay, jetzt will ich wieder mal anfangen. Okay. Gut, das war es schon mal schon. Gut, das war es schon mal schon. Oh oh. Immer diese Kacku-Demon, Alter. Was? Okay, jetzt sind wir hier. Ach so, ich kann schon lange weg. Kann das sein? Oh man, das Ding hier. Fängt ja gut an. Oh. 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 Alter Ach komm Wo ist die jetzt? Alter Ah fuck Wo guckt der raus? Nein Ach man So Oh Natürlich wieder Kreuzfeuer Aber gut Willstens ein was man relativ gut umgehen kann So Easy Wo sind auch noch welche? Aber Wtf Ja Klar Klar Jetzt auch noch ein Los Solzio oder was? Wo kommen die mal alle her? Aber Er kriegt eine Krise Wie würdest du nach oben und unten gucken gleichzeitig machen? Das geht doch ja nicht Oh Holy crap Oh Wo denn? Achtung Was? Wo ist denn der gelbe Key? Achso denn Und jetzt? Achso Mache eher hinne Mache eher hinne Uah 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 alter Viel weiter neben geschossen alter ernsthaft Danke Danke So war da noch einer Ähm Wollen wir nochmal mit Munition? Ja doch Meine Munitionstechnik sieht grad Sieht grad eher schlecht aus Erstmal Erstmal Waffen nachladen Naja Wir brauchen effektiv Munition Sonst Sonst Haben wir im nächsten Level echt Probleme Können wir hier einfach durch? Bestimmt oder? Sag ich doch So wie sieht es hier aus Hier ist Hier ist Eher gar nichts Nein Äh Hier lang Naja Bisschen Rüstung kann ich auch noch wieder bekommen Äh Falscher Weg So Das war der erste Streich Ach komm Hoch mit dir So Hier gab auch nochmal Munition Bisschen Rüstung Ich bin nicht Die 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 Denn das nächste Level ist ja das Hauptlevel und ich weiß nicht, wie stark das mit Munition bestückt ist. Wir werden aber auf jeden Fall ganz schön Munition brauchen. Deswegen, äh, wow. Lieber jetzt, wo wir die Chance haben. Also, das ist praktisch wieder durch. Na gut, ich meine, ohne Low Souls ist das ja relativ simpel. So, dann das Lagerent. Na komm. Erhebe er sich. Ach Gott, Alter. Wo denn jetzt? Was ist das denn hier? Oh! Ah! Schau mal, na guck. Oh ja, immerhin nochmal Wiss-Munition bekommen. Na, das ist natürlich relativ armselig. Dass unsere Primärwaffe weniger als 100 Schuss hat. Ah! Ah, immerhin haben wir hier und hat 50 Schuss. Bin ich mir echt schwarz, wie das nächste Level wird. Weil ich weiß noch, dass am Anfang sehr viele Low Souls waren. Aber ich weiß nicht mehr, wie das restliche, äh, wie die restliche Map aufgebaut ist. Ah ja. Hä? Hallo? Hä? Warum muss ich denn da jetzt gegenklicken? Normalerweise... Normalerweise muss ich doch nur gegenlaufen. Ah ja. Dann bis zur nächsten Map. Also bis zu der, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Äh, ja. Mal schauen, wie die wird. Bis dann.